Das hat es in Euskirchen, dem Tor zur Eifel, auch noch nicht mitgeben. Mehrere Dutzend Demonstranten zogen am Mittag des 1. August 2011 durch die Kreisstadt. Sie stellten sich hinter die Journalisten-Gewerkschaften DJV und Verdi. Diese lehnen Gehaltskürzungen für Tageszeitungsredakteure ab, ebenso geringere Löhne für neue Kollegen. Die Demonstranten waren aus Köln, Siegburg, Bergisch Gladbach und Bonn nach Euskirchen gekommen. Im Auto, mit der Bahn oder sogar auf dem Fahrrad. Ihr Sprecher Willi Feldgen zu den Verlegerforderungen Wir müssen natürlich nicht auf unser Urlaubsgeld verzichten, weil wir glauben, dass es den Redaktionen und den Verlegern insgesamt besser geht, als sie das selbst darstellen. Die Gewerkschaften waren bereit, über einen Sanierungstarifvertrag und eine Öffnungsklausel zu verhandeln, um den angestellten Redakteuren weniger zahlen zu können. Aber die Verleger waren nicht bereit, ihre Zahlen dafür offen zu legen und deshalb haben die Gewerkschaften dieses Angebot wieder zurückgezogen. Diszipliniert aber lautstark und unter Polizeibegleitung zogen die Demonstranten vom Bahnhof aus durch die Innenstadt. Ihr erstes Ziel war die Lokalredaktion der Kölnischen Rundschau, deren Redakteure sich ganz überwiegend an dem Streit beteiligen. Wer hier nicht streikt, das ist der Chef. Doch der hieß die Demonstranten willkommen, indem er ihnen auf der Straße belegte Brötchen servierte. Bereizt reagierte dagegen eine Anwärmerin. Durch die Drohung in einem Eimer Wasser ließen sich die Demonstranten aber schon wegen des Sommerwetters nicht entmutigen. Sie zogen trotzdem weiter, verteilten Flugblätter und veranstalteten Pfeifkonzerte. Nächste Etappe war die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeigers. Anders als bei der Rundschau-Euskirchen oder anderen Stadtanzeigeredaktionen wird hier nicht merklich gestreikt. Demonstranten bestattelten ihren Kollegen einen Besuch ab und appellierten dabei an den journalistischen Ehrenkodex, der wahrheitsgemäße Berichterstattung vor. Am Ende des Demonstrationszuges zeigten sich die Veranstalter zufrieden. Das war natürlich im Vorfeld, konnte es keiner einschätzen, ob wir jetzt mit 20 hier durch Euskirchen ziehen oder ob es 100 werden. Also die Resonanz von gut über 60, sind wir gut mit zufrieden. Die Demonstration in Euskirchen war nicht die erste Protestaktion der Redakteure. Zuletzt hatten sie sich am 29. Juli im Kölner Stadtgarten getroffen und sich dort für ein Fotoshooting aufgestellt. Bereits seit Anfang Mai wird immer wieder gestreikt. Es gibt Protestversammlungen wie in Schwerte bei Dortmund. Bisheriger Höhepunkt war eine Demonstration am 9. Juni in Frankfurt. Dazu waren mehrere tausend Journalisten aus Süd- und Westdeutschland angereist.